Hey, hallo, willkommen auf meinem Kanal, ich bin Ragnar. Heute ein Video auf Deutsch rund um smarte Kameras. Schutz von eurem Zuhause, innen und draußen. Ich habe hier von der Firma Aswith zwei Sicherheitskameras dabei, eine für drinnen, eine für draußen. Ich würde euch die gerne vorstellen, euch die Features zeigen, die Mehrwerte zeigen, weil ich habe schon einige andere Kameras im Einsatz bereits. Ich habe eine Wildtierkamera, ich habe eine Logitech Circle, ich habe eine Alexa Ring im Einsatz. Von daher ist die Frage jetzt, was bringen diese beiden Kameras für mich an neue Mehrwerte? Ich zeige euch auch ein bisschen, wie die App aussieht. Und zuletzt, bevor wir uns dann die Videos angeschaut haben, Fotos von der Nachtansicht, von der Tagansicht, zum Abschluss nochmal die Einrichtung als Webcam. Also bleibt dran! So, fange ich mal an mit der Indoor-Kamera, der C6-CN. Das ist die Verpackung und ich habe es auch schon mal gleich vorbereitet. Die sieht hier folgendermaßen aus. Ist etwas leichter als die Außenkamera. Ist natürlich nicht so wasser- und spritzschutzgeschützt, weil sie das auch gar nicht muss, weil sie arbeitet innen drin. Und wird hier meinen Raum kontrollieren, ob keine bösen Menschen hier einbrechen oder Sachen tun, die sie nicht tun sollen. Die Kamera hat natürlich als großes Highlight KI-Tracking. Das heißt also, sie sieht unnimmt wahr, wenn ein Mensch in mein Zimmer reinkommt, der hier nicht erwartet ist und löst dadurch einen Alarm aus und informiert mich. Das ist sehr wichtig. Darüber hinaus kann ich, wenn ich meinen Raum überwachen möchte, nochmal über eine 360-Grad-Schwenkung checken, wie mein Raum aussieht. Ich kann also nach oben, unten, links, rechts schwenken und gucken, was sich im Raum alles bewegt. Die Nachtsicht ist auf 10 Meter angegeben. Die Kommunikation übers Mikrofon, 5 Meter in der Gegensprechanlage. Darüber hinaus haben wir einen Push-Mechanismus. Also, wenn jemand in den Raum eintritt, kriege ich eine Nachricht. Und ich kann auf jeden Fall auch eine Kamera, sorry, eine Karte hier einsetzen. 256 ist hier vorgesehen als maximale Kartengröße. Und wenn ihr sagt, die Karte ist für mich gar nicht relevant, weil ich möchte eigentlich nicht, dass hier eine Karte drin ist, weil der Räuber oder die Banditin sowieso die Kamera dann klauen würden und dann wäre die Karte auch dabei. Da bietet natürlich auch ein Cloud-Service an, wo man die Fotos und Videos in der Cloud speichern kann von ihnen. Für einen Aufpreis. Darüber hinaus ist noch erwähnenswert, dass es eine True-WDR-Qualität gibt mit einer Optimierung von Über- und Unterbelichtung. Und alle Daten sind verschlüsselt mit Multifaktor-Authentifizierung. Ebenso gibt es TLS und 128-Bit-Verschlüsselung, sodass eure wichtigen Daten, Informationen, Videos hier gut verschlüsselt übertragen werden. Das erstmal zum ersten Schritt für diese Kamera. Die ist übrigens heute und die nächsten Tage noch über die Black Friday-Aktion für 42 Euro zu erwerben und nicht für 70 wie sonst. Und dann mache ich mal gleich einen Schwenk und gehe zum nächsten Video über. Nämlich zum, der Kamera, wo ist sie? Die C3X, die habe ich unten im Garten eingebaut, zeige ich euch gleich. Diese C3X Kamera ist eine Outdoor-Kamera, hat zwei Objektive, ist konzipiert vor allen Dingen für die Nachtsicht. Das macht sie hervorragend und klar in Farbe. Gleich kommen die Videos, die ich euch zeige. Darüber hinaus hat sie auch wieder KI, AI, Deep Learning. Das heißt, sie erkennt dann, wenn ein Auto oder ein Mensch in die Kamera reinlaufen und dann wird nicht nur das Objekt erkannt, sondern ein Alarm ausgelöst. Und der Alarm ist eine richtig laute Sirene oder ein Strobo-Lichteffekt, sodass dann hoffentlich auch der böse Bandit von eurem Kunststück weicht, sobald dann es aktiviert wird. Das heißt, ihr könnt manuell diesen Effekt, diesen Alarmeffekt auslösen oder auch automatisiert, das in dem Objekt, wo der Bewegungserkenner das Objekt den Menschen identifiziert, wird automatisch der Alarm ausgelöst. Von daher ist es nicht nur eine Kamera, sondern auch eine Alarmanlage, die eingebaut ist. Gleichen Sicherheitsfeatures wie eben bereits erwähnt. Und von der Videokomprimierung haben wir hier H.265 vorliegen. Das heißt, also eine stärkere Videokomprimierung als in älteren Modellen. Und auch noch zu erwähnen IP67 zertifiziert. Das heißt also hier, ja, die Kamera wird bei mir bei Regen und Schnee und anderen Wittrigkeiten zur Geltung kommen. Ich bin gespannt auf die nächsten Tage, die dann kälter werden, ob es jetzt gut überlebt. Und ja, von daher fangen wir mal an. Ich führe euch durch die App jetzt gleich durch und dann gehen wir zu den Testergebnissen. Das ist natürlich ein ganz anderer Formfaktor als meine Amazon Alexa Ring. Oder hier diese Wildtierkamera, die ja eigentlich preislich relativ ähnlich ist. Gerade im Black Friday Angebot, aber natürlich hier viel edler und zeichnen sich vor allen Dingen aus, dass man sie schön anschrauben kann. Ich drehe sie mal so ein bisschen hier. Da sieht man schon die Sensoren, die Linsen. Ja, wirkt sehr, sehr hochwertig. Viel Metall. Das, das hört mich. Hier ist dieser Teil, wo man ihn auch schrauben kann, eine Micro-Micro-SD-Karte einlisten kann oder auch ein Reset durchführen kann. Dennoch provisorisch hier stehen, aber bald kommt sie an die Wand. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie die mobile App funktioniert, die verfügbar ist für Android und für iOS. Ich habe jetzt hier die Android-Variante mal offen. Und ihr seht, dass ihr am Startbildschirm dieser App schon mal meine beiden Kameras seht. Das heißt, ich kann jetzt auswählen, welche Kamera ich wähle. Gehe jetzt zum Beispiel mal auf die erste Kamera drauf. Das ist jetzt die Indoor-Kamera. Und jetzt sehe ich mich live in Farbe, wie ich hier sitze. Teste mal die Latenzen aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, das ist wie eine halbe Sekunde. Ich kann in der App übrigens hier auch noch näher reingehen und noch eine Vorschau sehen von dem Video. Ich kann die Schnappschlüsse machen, aufnehmen. Ich kann die Kamera auch hier über die App auch ausschalten und in den Privacy-Mode reingehen. Und ich kann hier vor allen Dingen schwenken. Das ist eine ganz tolle Funktion. Ich schwenke jetzt mal ein bisschen hier nach rechts. So, müssen hier im Raum mal nach rechts schwenken. Ein bisschen hier nach oben. So, ist der an die Decke. Mal auf diese Seite. Oh, ich muss die Lampe mal wieder ändern. Hier springe ich mal hier in den Garten rein. Das ist die zweite Kamera, die C3X. Mit einem Klick bin ich hier im Garten drin. Das ist jetzt der Blick. Heute, 13.39 Uhr. Trüber, grauer Tag. Und sehe hier auch gleich, aha, da wurden schon Videos erstellt. Das heißt, ich habe hier eine Videoleiste und kann sehen, was in meinem Garten passiert. Und habe da schöne Einblicke in den Zeitverlauf. Dann kann ich auch noch mal einen Schnappschluss machen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen wunderschönen Augenblick festhalten möchte, gehe ich hier auf Schnappschluss. Ich kann das auch als Video machen. Ich habe hier auch einen Mehrfachbildschirm. Ich kann die Auflösung ändern in Ultra HD und High Definition. Ich kann natürlich auch sprechen. Das heißt, wenn jetzt jemand hier vor der Kamera stünde, könnte ich jetzt hier auf Sprechen klicken und mit dem Menschen kommunizieren. Oder wenn es jetzt wirklich ein Angriff wäre oder eine Art von unangenehmen Besuch, kann ich hier auf aktive Abwehr gehen und tucke hier drauf. Und dann geht es eine Sirene und Strom, wo liegt an. Und wird hoffentlich den Menschen vertreiben. Das sind so die wichtigsten Funktionen rund um die Kameraansicht. Da gibt es natürlich noch hier Konfigurationen, Audio anschalten, LED anschalten, Alarmbenachrichtung aktivieren oder deaktivieren, Zeitzone und so weiter, Cloud-Speicherung ja oder nein. Ich kann mein WLAN hier konfigurieren, weil das ja eine WiFi-Kamera ist. Speicherstatus der Karte. Und wichtig für die Sicherheit, die Bildverschlüsselung kann ich aktivieren, kann Push-Nachrichten machen und kann meine Kamera updaten. Dann habe ich noch hier erweiterte Bildeinstellungen. Habe mir jetzt hier gewählt, dass ich lebendige Farben gerne hätte. Das sind die wichtigsten Funktionalitäten rund um die Kameraansichten. Dann habe ich hier noch ein Fotoalbum und eine Bibliothek. Und habe hier noch meinen Account mit den Einstellungen, wo ich dann hier genau noch mal tiefer reingehen kann, mein Album angucken kann und kann die Multifaktor-Audifizierung einstellen. Kann meine Passwörter ändern, kann meinen Username, meinen Alias ändern. Kann noch mal hier die Cloudplay, das ist diese Lösung hier, um die Bilder in der Cloud zu speichern, aktivieren und meine Tarife ändern. Und kann auch noch die Kamera freigeben per E-Mail oder per Handynummer an andere Menschen, die vielleicht auf die Kamera zugreifen möchten. Ja und jetzt noch ein Blick hier in die Windows-App. Die habe ich mal installiert und für vier Bildschirme vorgesehen. Aber ich habe jetzt nur noch zwei Kameras. Von daher sind die beiden unteren erst mal noch grau. Rechts meine Homeoffice. Und ich mache jetzt hier mal einen Latenztest. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sieht gut aus. Ich bin vor allen Dingen mit den Farben hier sehr zufrieden. Das ist wirklich hell und lebendig. Ich sehe hier also jetzt so nicht erwartet, dass das so gut aussieht. Und hier nochmal die Vollbildansicht von der Außenkamera direkt aus der Windows-App raus. Und man sieht hier schon an diesem blauen und grünen Kästchen, dass die AI ständig am Gucken ist, ob sie ein Fahrzeug oder ein Auto oder einen Menschen. Was man jetzt hier an diesem Standbild sehr schön sehen kann, sind diese ganz kräftigen Farben. Vor allem das Orange hier von diesem Stuhl. Und man kann auch hier auf die ganze Schrift lesen von der Kartonage. Und ja, das Foto ist einfach gestochen scharf und gut ausgeleuchtet. Das ist jetzt eher tagsüber auch gute Farben. Wie gesagt, es war keine Sonne gewesen, von daher ein bisschen schwierig. Und die gleiche Aufnahme hier nochmal nachts. Und hier vor allen Dingen auch wieder gestochen scharf und gut ausgeleuchtet, obwohl es eigentlich draußen ganz dunkle Nacht ist. Hier ist wichtig, wenn man ein Webcam einrichten möchte, dass man erst sich ein Tool namens Splitcam runterlädt, kostenlos. Dann die IP-Kamera auswählt mit dem Protokoll RTSP. Den Admin-Namen der Kamera, dann dem speziellen Kamerapasswort at IP-Adress im LAN, Doppelpunkt 554, Slash H.264. Das ist ganz wichtig und er kann das auch in Teams oder Zoom einbinden. Ich hoffe, das Video gefiel euch und denkt an den Black Friday. Nämlich da bekommt ihr die Indoor-Kamera, die C6CN für 42 statt 70 Euro und die Autokamera, die C3X für 128 statt 170 Euro. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben und abonniert meinen Kanal. Und bis bald. Bleibt gesund.